Herzlich willkommen zu meiner Analyse der Partie des Tages von der zweiten Runde des Schachkandidatenturniers, was gerade in Toronto, Kanada stattfindet. Nochmal zur Erinnerung, im Kandidatenturnier kämpfen acht Spieler um den Sieg und damit die Qualifikation zum Weltmeisterschaftsmatch gegen den amtierenden Weltmeister Ding Li Ren. In der zweiten Runde war es schwierig eine Partie des Tages auszuwählen, denn wir hatten viele spannende, umkämpfte und entschiedene Partien. Ich habe mich letztendlich für die Partie zwischen Ikao Nakamura, einem der Favoriten, und dem indischen Spieler Videt Gujrati entschieden. Nakamura öffnet die Partie mit E4, Königsbauer nach vorne und wir sehen die spanische Eröffnung hier eingeleitet mit dem Zugläufer nach B5. Jetzt springe F6, die sogenannte Berliner Verteidigung, eine der solidesten und sichersten Eröffnungen, die Schwarz spielen kann. D3 deckt den Bauern auf E4, der Läufer wird ins Spiel gebracht, Läufer nach C5, C3, Kurzhochade, Kurzhochade und nun der Zug D6. Beide Seiten entwickeln ihre Figuren. Weiß spielt H3, kontrolliert damit das Feld G4, ein weiterer nützlicher Zug. Und Schwarz spielt das Manöverspringer E7, was man auch sehr häufig in der spanischen Partie sieht, denn der Springer auf C6 ist etwas eingeschränkt von dem Bauern auf C3 und möchte nach G6 ummanövriert werden, damit Schwarz hier besser im Zentrum spielen kann. Weiß nutzt die Gelegenheit, spielt jetzt selber den Zug D4 und hier kam eine Überraschung. Der normale Zug an dieser Stelle ist der Zugläufer nach B6, stattdessen spielte Wiede den Gegenangriff C6. Zieht also nicht den angegriffenen Läufer weg, sondern greift seinerseits den Läufer auf B5 an. Das war auch eindeutig noch seine Vorbereitung. Nakamura spielt hier den Läufer zurück nach D3, ein logischer Zug. Man könnte auf C5 schlagen und dann einen Bauern gewinnen, aber man würde diesen Bauern vermutlich nicht halten. Der angegriffene Springer zieht nach G6, deckt damit den Bauern auf E5 und früher oder später sollte Schwarz diesen Bauern auf D6 gewinnen können. Läufer D3 ist sehr logisch, dort gehört der Läufer hin, deckt auch den Bauern auf E4. Jetzt zieht der Läufer zurück nach B6. Und hier dachte Nakamura länger nach und schlug letztendlich auf E5. Weiß hatte verschiedene Alternativen. Man könnte Tommi einspielen, Springer BD2, man könnte auch Raum gewinnen am Damenflügel. So oder so wäre es eine Stellung mit viel Potenzial, vielen Figuren auf dem Brett und offenem Kampf. D schlägt E5 in meinen Augen nicht die beste Entscheidung, denn Wiede war definitiv hier in seiner Vorbereitung. Und es war klar, dass er hier eine Idee hat, was passiert, wenn Weiß einfach versucht, einen Bauern zu gewinnen. Und diese Idee sehen wir jetzt. Schwarz spielt den Zug Läufer schlägt H3. Was für ein Zug. Opfert hier den Läufer und Nakamura nimmt das Opfer nicht an. Er schlägt nicht zurück, aber er hätte zurückschlagen sollen. Stattdessen spielt der Entzug Springer nach C4. Was ist die Idee hinter G schlägt H3? Was passiert nun? Schwarz spielt den Zug Dame B8. Ein mysteriöser Damenzug zieht hier auf diese Deonale, greift den Springer an und der Punkt ist, dass Weiß den Springer nicht gut wegziehen kann. Egal wohin der Springer zieht, es folgt ein sehr starkes Damenschach auf G3 und dieses Motiv kann man sich ruhig einbringen. Der Läufer fesselt hier den Bauern, weshalb Weiß eben nicht schlagen kann. Dann wäre der König im Schach. Das ist nicht möglich. Das heißt, die Dame kann nicht geschlagen werden, der König muss zur Seite ziehen und jetzt könnte Schwarz den Bauern schlagen auf H3 und würde hier einen sehr, sehr starken Angriff entwickeln. Turm AD8 geht auch auf den gefesselten Läufer und Schwarz erreicht eine Gewinnstellung. Nach Dame B8 kann also Weiß den Springer nicht ziehen, kann ihn allerdings decken mit Läufer F4 und hier sehen wir, warum Schwarz die Dame nach B8 gezogen hat und nicht nach C7 oder D6. Denn jetzt kann Schwarz Läufer C7 spielen und so den Springer noch einmal angreifen und die Figur zurückgewinnen. Dennoch hätte das Nakamura spielen sollen, zum Beispiel ein Läufer G3, Läufer schlägt E5, F4, Läufer C7, Dame F3 wäre eigentlich alles in Ordnung. Weiß bringt die Figuren raus und die Stellung wäre ungefähr im Gleichgewicht. Stattdessen spielt Nakamura Springer C4 und jetzt steht Schwarz bereits besser nach nur zwölf Zügen und das große Problem für Weiß ist hier der Damenflügel. Alle diese Figuren sind noch nicht im Spiel, während bei Schwarz alle Leichtfiguren bereits entwickelt worden sind. Und das ist wirklich hier das große Problem und der König ist auch etwas geschwächt, der Bau auf H2 fehlt bereits. Läufer G4 greift die Dame an, die Dame zieht nach C2. Jetzt Läufer C7, hier gab es auch Alternativen für Schwarz, aber Läufer C7 ist logisch. Schwarz möchte nicht zulassen, dass Weiß den Springer abtauscht gegen den Läufer. Und der Läufer soll noch eine wichtige Rolle spielen hier im Angriff gegen den Weißen König. E5 zieht den Bauern nach vorne, greift den Springer an, der Springer zieht zurück und Weiß schlägt den Bauern auf H7. Schwächt damit auch den Schwarzen König, aber verliert auf der anderen Seite auch wiederum Zeit. Nach wie vor wird nichts für die Entwicklung der Figuren getan. Dennoch ist das hier objektiv, also laut Computer, eine gute Entscheidung gewesen. Allerdings jetzt verpasst Nakamura die beste Vorzeit, zuhänge, spielt den Läufer zurück. Man muss hier irgendwas machen, denn ansonsten würde Schwarz G6 spielen. Sagen wir, ich spiele hier irgendeinen Zug, Springer A3, könnte Schwarz G6 spielen und der Läufer wäre gefangen und könnte als nächstes gewonnen werden. Deshalb spielt Nakamura den Läufer zurück, aber er hätte hier den Zug Dame E4 spielen können. Greift den Läufer an und Schwarz müsste hier den Zug F5 als Antwort spielen. Greift die Dame an und deckt den Läufer. Weiß könnte jetzt nicht den Zug en passant spielen, also könnte das spielen, aber es wäre keine gute Idee, dass es dieser Zug en passant im Vorbeigehen schlagen, ein besonderer Zug im Schach. Aber hier wäre es keine gute Idee, denn Schwarz schlägt mit dem Springer zurück, greift Läufer und Dame an und würde hier einfach eine Figur gewinnen. Stattdessen, und das hatte Nakamura auch gesehen, wie er in seinem Video verriet, könnte Weiß Läufer schlägt F5 spielen. Schwarz muss jetzt mit dem Läufer zurückschlagen, denn sonst würde Weiß diesen Läufer schlagen. Sagen wir so, das wäre vollkommen in Ordnung für Weiß. Weiß würde sogar besser stehen. Also Schwarz müsste mit dem Läufer schlagen. Jetzt kann Weiß einen Schach geben auf H4 gegen den König, König G8, und den Läufer entwickeln. Und nun Druck machen gegen den Springer, und Weiß hat immerhin zwei Bauern für die geopferte Figur. Der König ist offen von Schwarz, und hier geht es auch noch weiter. Turm F7 spielt Weiß Springer D6, und die Stellung ist wirklich sehr kompliziert, sehr wild. Bei bestem Spiel würde Schwarz vermutlich etwas besser stehen. Wir sehen, die Engine-Bewertung schlägt etwas aus für Schwarz, aber das wäre sicherlich auch praktisch die beste Entscheidung gewesen für Nakamura. Damit zurück zur Partie. Läufer D3 also ein Fehler, so kam es in der Partie. Und hier wäre der Zug F5 am stärksten gewesen, aber kein leichter Zug. Stattdessen spielt wie der B5, auch das ein guter Zug. Zug, vertreibt den Springer, damit als nächstes Schwarz auf E5 schlagen kann. Der Springer zieht nach E3. Springer schlägt E5, und jetzt ein weiterer Fehler von Nakamura. Und das ist ein Fehler zu viel. Danach ist er wirklich in einer kompletten Verluststellung. Er spielt den Läufer nach E2. Der Läufer ist angegriffen, mehr oder weniger. Ja, er ist angegriffen, aber Weiß kann auch auf G4 schlagen, und sollte hier direkt jetzt den Läufer schlagen. Schwarz hat nun die Wahl, ob er auf D3 schlägt mit der Dame oder mit der Dame. Mit dem Springer sollte man wohl eher nicht schlagen. Oder dem Springer schlägt er auf G4. Das wäre wohl besser, um weiter zu probieren, den Weißen König anzugreifen. Mit so Ideen wie Dame D6 zum Beispiel, oder auch mit F5. Weiß kann hier G3 spielen. Schwarz spielt F5, hat solche Ideen. Dame E8, Dame H5. Schwarz würde sicherlich nach wie vor besser stehen, aber es wäre absolut zu verschmerzen und nicht so schlimm wie in der Partie, wo Weiß jetzt sich komplett auf Verlust steht nach dem Zugläufer E2. Und hier spielt wieder den sehr starken Zug F5. Damit soll auch der Turm ins Spiel gebracht werden. Es ergeben sich neue Möglichkeiten für die Dame ins Spiel zu kommen. Und das große Problem ist der Damenflügel von Weiß nach wie vor. Keine Figuren im Spiel. Man braucht alle Figuren im Spiel im Schach. Und deshalb steht hier Weiß auf Verlust, weil der König auch zu schwach ist. Nakamura spielt jetzt F4. Ja, wenn er hier auf G4 schlagen würde, würde Schwarz mit dem Bauern schlagen. Und sagen wir nun G3 und Dame D6. Schwarz bringt alle Figuren im Spiel. Und der Angriff ist einfach überwältigend. Springer F3 liegt in der Luft. Und Schwarz hat nicht einmal Material geopfert, um hier diesen Angriff zu starten. F4 schwächt allerdings weiter in den Weißen König, greift den Springer an. Und Schwarz muss den Springer gar nicht mehr wegziehen, sondern spielt stattdessen Läufer B6. Kann den Springer stehen lassen. Denn wenn Weiß den Springer schlägt, dann folgt Springer D5, greift noch einmal den Springer an. Weiß kann den auch nicht besonders gut decken, beziehungsweise es gibt weitere Möglichkeiten, den Druck zu erhöhen gegen den gefessenden Springer. Und die Störung ist auch hier wieder komplett verloren für Weiß. Sagen wir das als Beispielvariante. Jetzt F schlägt G4 und der König fühlt sich sehr, sehr unwohl hier. Das wird Weiß nicht lange überleben. Auch hier, wir sehen es immer wieder. Turm und Springer sind nicht im Spiel. König F2 ist der Zug, den Nakamura spielt. Vielleicht auch mit der Idee mal hier ein Schach zu geben, was allerdings nicht viel bewirkt. Und nun Springer D5. Turm H1 Schach, König G8. Jetzt schlägt Nakamura auf E5. Aber Dame G5, Schwarz wird den Springer sehr schnell wiedergewinnen. Dreimal bereits angegriffen. Kaum zu verteidigen. Alle schwarzen Figuren spielen mit, greifen an, während Weiß nur mit halber Armee verteidigt. Das ist absolut hoffnungslos hier. König E1, Läufer schlägt E3. In jedem Zug gibt es viele Alternativen für Schwarz. Läufer schlägt G4, Dame schlägt G4. Wie gesagt, Schwarz hat nicht einmal etwas geopfert. Und Weiß hat hier alle Figuren auf der Grundreihe. Eine absolute Katastrophe. Läufer schlägt E3, Springer schlägt E3. Greift die Dame an, Dame nach E2. Und Dame G3, Schach. König D2, Turm A, D8, Schach. Ich gehe hier relativ schnell durch, denn es ist, wie gesagt, komplett verloren. Dame G5 baut jetzt hier ein Abzugsschach auf, was Weiß auch nicht gut vermeiden kann. Nakamura spielt, also wenn jetzt Weißspringer D2 spielen würde, beispielsweise könnte Schwarzspringer C4 antworten. Greift den Springer an und nach Turm D1 zum Beispiel Turmschlägt D2. Turmschlägt D2, Weiß ist immer noch in der Festung. Schwarz greift die gefesselte Figur noch einmal an. So sollte man das immer tun. Im Schach schlägt als nächstes auf D2 und es ist bereits matt in sechs Zügen. Nakamura spielte in dieser Stellung noch B3, versucht den König zu evakuieren. Aber nach Springer F1, Schach gab er jetzt auf, denn nach König B2 sagen wir, er würde Schwarzspringer G3 spielen. Das ist eine Gabel gegen Dame und Turm und in dieser Stellung hätte Weiß nicht nur eine Qualität weniger, sondern nach wie vor keine Figuren im Spiel, die auch nicht ins Spiel kommen können. Und es wäre absolut hoffnungslos. Also nach Springer, nach Springer F1, Schach gab Nakamura auf und ein sehr überzeugender Sieg hier für Wiedit. Und eine Partie, die nicht hätte schlechter laufen können für Nakamura nach der Partie in seinem YouTube-Video, meinte er, es war vermutlich eine seiner schlechtesten Partien in Jahren. Viele ungünstige Entscheidungen, die er getroffen hat. Es ging schon damit los, dass er diesen Bauern geschlagen hat, wenn wir einmal zurückgehen zu dieser Stellung. Hier, wenn er einen ruhigen Zug spielt, wird erst einmal nicht viel schief gehen. Davon kann man ausgehen, aber er hat hier dieses Angebot angenommen und damit wurde es dann schärfer. Und dann gab es einige ungünstige Entscheidungen in der Folge. Er war absolut nicht in Form und wir werden sehen, wie er zurückkommt. Nakamura sicherlich nach wie vor einer der Spieler, mit denen man rechnen muss. Das Turnier ist lang, aber das war ein herber Schlag für seine Chancen. Das Turnier zu gewinnen. Wiedit auf der anderen Seite zeigt sich in guter Form und hat jetzt anderthalb Punkte aus zwei Partien. Es gab vier entschiedene Partien in der zweiten Runde. Das heißt, das Turnier nimmt Fahrt auf und wird sicherlich sehr, sehr spannend sein, weiterhin zu beobachten. Meine nächste Partieanalyse folgt dann am nächsten Tag zur dritten Runde. Bis dahin. Das Turnier ist lang, bis zum Termin. Vielen Dank.